Willkommen zum Abschluss, zum Kampf mit Bowser. Na gut, dass wir 180 haben. Aber knapp diesmal. Im Vergleich zu den anderen Male ist das knapp. Hopp, rein mit uns. Los geht's! Dran leben! Nein! Aber da wäre ich so, dass wir nicht hinbekommen. Hast du dich selbst gedrückt? Ja, sie habe ich gedrückt. Das sind die Mario Bros. Wir beenden das Ganze als Mario Bros. Ich glaube eher beenden uns, aber ist schon gut. Ach du meinst, dass du diesen Wolkenkratzer mit Regenbogen fahren kannst. Ah, wegen den Feen sind es die Regenbogenfarben. Ich glaube, ich weiß sogar, was da auch ein Auto ist. Ein Auto bin kaputt. Nein, ich glaube, ich weiß schon, was es so etwas kann. Ja, und den Bowser. Nicht nur. Ich glaube, da ist gar nicht mehr los. Es gibt eine Zwischenphase und die eine Phase ist sehr schön. Das meinte ich nicht. Stopp, was ist das? Nein, ich bin nicht. Ich wollte drauf springen. Nein, bin ich nicht. Warum soll ich denn mit Absicht reinlaufen? Weil wir können leben. Ja, auf das habe ich nicht geschaut. Ja, okay. Also da unten ist nichts. Ich hole jetzt das Leben. Nein, wir gehen jetzt da rein. Das bringt sowieso nichts. Komm, hopp jetzt. Rein da. Mit die Leute. Da lauf rüber. Da ist ein extra Leben. Kann ich nicht mehr rum. Ja, dann haben wir Pech. Ich stehe da unten wieder zur Deko. Ja, zum Austricksen. Bowser ist das große Autor. Warum drückst du? Okay. Ich bin Mario. Als Mario unterbänden wir es jetzt wirklich. Du hättest einfach warten. Drück nichts. Ich druck nicht. Diesmal habe ich nicht die Lava rein. Ich bin auch nicht die Lava rein gelaufen. Sicher, voll. Ich habe mich abgeschossen. Oh, okay. Bist du jetzt gerade ernsthaft gestorben? Ja, ich bin in die Lava rein gelaufen. Warte. Toll. Stopp. Oh. Oh. Ich habe es gesehen. Du weißt, wie knapp das war. Ich habe es abgeschossen. Oh. Ich dachte nicht richtig. Ja, ich dachte auch. Nö, wir müssen wir nicht. Okay. Jetzt schmeiße ich dich. Was? 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 Es ist echt laut. Fawuure. 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 Ha. Siegt. Ja, voll. Ja, meine Herren, was tue ich denn? Ich wollte springen und bin nicht gesprungen. Dort bin ich ein Dussel. Ich bin doch da gewesen. Du bist zu weit nach vorne. Wir haben schon wieder nur vier Minuten, das ist zu schlimm. Oh, das ist zu ärgerlich. Ich seh nichts, ich seh nicht, wo ich bin. Hilfe, ich seh jetzt wirklich nichts. Ich bin doch nicht, ich war doch an der Seite. Bitte pass auf, bitte pass auf, bitte pass auf, bitte pass auf, bitte pass auf. Nein, ich war in die Lava. Wir haben ihn doch nicht verloren. Ich bin doch nicht hin... Was lenk ich denn jetzt an? So, das ist das letzte Mal. Nein, das kommt so. Nein! Ich bin jetzt in der... Nein, ich gehe lieber nicht. Die Lava wird dich töten wahrscheinlich. Also, ja. Höchstwahrscheinlich. Hey, toll, ich habe das Ding getroffen. So, jetzt ist es cool. Ne, warum? Ne. Wow. Achso, ja, gegen das Feuer bin ich. Warum bin ich... Jedes Mal laufe ich dabei. Ja, nicht springen, einfach. Äh... So. Ah! So. So. Was ist da für eine goldene Glasflug? Für eine goldene Glasflug? Für eine goldene... Ah, dann bist du da. Fast schon. So. Da sind keine süße Mietziketschen. Jetzt nicht mehr. Ey, da ist noch ein Mietziketschen. Ist das jetzt? Miauts, genau. Nicht, schwingen. Jetzt schwingen. Oh, da skippt ein Toad. Schau mal. Schau mal mit den Regen. Nichts kann man... Du schlägst ihn einfach um mit Toad. Ich bin Toad. Du bist Toad und du schlägst ihn einfach. Ich schläge Toad, weil ich Toad bin. Weil ich Toad toten kann. Oh mein Gott. Ich Toad tode. Ja, eine sehr Schlimmes. Warum? Es geht doch einfach nur weiter. Nicht einfach. Stopp, stopp, stopp. Super. Was ist da? Nichts. Warte, ich möchte nur mit dem Stampfen, bitte da. Was kannst du stampfe ich und du witzelst? Ja, ich weiß definitiv, was das für ein Kampf ist. Was ist denn im Kampf? Wir müssen einfach mal oben jetzt. Ja. Ja. Oh. Hoppala. Hoppala. Oh nein, jetzt wird es eine Katze. Eine böse Katze. Ups. Böse Katze. Böse Katze. Böse Katze. Ups. Oh mein Gott. Du bist kein Hund, du bist eine Katze. Böse 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 Katze. Oh, wir müssen weiter, denn es zieht sich nach oben, oder? Ich weiß, ich sag's auch gerade. Ich komm nicht nach oben, aber ich hab's nicht geschafft, dann weiter. Nein! Ich bin doch da, alles gut. Ja, ich dachte eher. Was? Dass ich weg bin? Nein, dass ich dir eine Hütze mit der Wischen. Jetzt bin ich definitiv weg. Und du eventuell auch. Wo bin ich denn? Nein, du warst im Bowser. Du warst im Bowser! Super! Oh nein, Game Over! Ja, okay. Egal, auch ein neues. Wir schaffen das. Wir müssen kurz den Level von vorne machen. Ja, und? Wir schaffen das. Ah, mit anderen Charaktären. Let's go! Man kann ja nichts verlieren. Mario! Chirica! Ja! Toad! Gott, so lange ich bin tot. Ich bin tot! Was war das für ein Start? Was war das? Legendär! So was sieht man nie wieder. Boah, war das schlecht. Weißt du? Das ist einfach... Das ist mit Abstand eins von den simpelsten Sachen. Und nicht einmal das schaffen wir momentan zu sehen. Ui! Meine Herren! Jaaa! Das ist schön für mich. Das ist schön für mich. Danke! Oh! Oh! Stern! Ups! Ich habe einen Stern. Hast du! Oh! 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 Stopp! Du darfst nur einmal springen. Nur mal. Wir brauchen nicht unbedingt die Katze. Stopp! Ne, wir kriegen aber nur einmal eine Katze. Nein! Ja, eh! Aber... besser wie keiner. Danke! Jetzt wollte ich eigentlich nicht. Nein, wirklich nicht. Aber ich habe dich genommen, warum auch immer. Ich habe mir genommen, meine Katze. Ne, weil da oben gibt es immer noch eine Katze. Echt? Ja! Ach, du, da ist so. Siehst du? Nein! Ah! Wie ist denn runter? Ich kann nicht rein. Ich muss einmal rundum fahren. Ich will nicht die Katze auch. Jetzt darf ich auf mich warten kommen. Dann darf ich auf mich warten. Ist das dein Ernst? Echt jetzt? Nee, oder? Ich sammle die Katze ein, schnell. Aber du bist nicht tot. Nimm die Katze. Nein, ich bin tot. Was sollst du schon nehmen? Ich bin tot. Tod. Vollgas! Tschüss! Zu, Pause! Aber wir sind schon da, wo wir vorher ewig gebraucht haben. Boah, was mache ich denn? Was mache ich denn? Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Um Gottes... Was war denn das jetzt? Meine Güte. Ich dachte mir einfach, ich stehe jetzt da drin und mache Blödsinn und dann... Ist das Waffen? Nein, mach weiter! Das war Waffen. Das haben wir schon gesehen. Ja. Ja. Da haben wir auch gejuckt. Ah! Dies, ich kann mich in der Hand. Wo bin ich? Wir sind schneller als die Polizei erlauben. Jaaau! Ich mache meine Katze. Ich wohne auf dem Reserve. Ui! Der kommt da rum! Was ist das für sie wirklich nackig? Jaaau! Das ist das für sie! Ja. Das ist die Branche. Wo bin ich? Weiß ich nicht, aber komm! Schnell! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Nein, hast du nicht! Geh da hoch! Was war das? Ja, für Lava... Stücke... So, macht mal das! Keine Ahnung! Ich glaube, das müssen wir jetzt reinhalten. Oh nein, doch nicht! Wir brauchen uns mal, wenn wir zu holen kommen! Um Gottes Willen, was war denn das jetzt? Das ist doch ein einziger... Oh! Hier, das ist so schnell! Oha! Oha! Oh, er hat mehr! Er ist doppelt! Er ist doppelt! Oh nein, das läuft auch wieder rein! Wir müssen jetzt... Ah! Ah! Er ist bewegt! Achtung! Nein! Schade! Aber wir sind beim Checkpoint! Ja, wenigstens das! Der ist ja da unten! Nehmen wir das da! Der ist doch voll geschummelt dabei! Es ist egal! Dann... Ich bin runtergefallen, weil du hast mich hochgeschossen! Vielen Dank! Mach hin, ja, wir haben kein Leben mehr! Was? Ja! Ich bin nicht weg! Nein! Ja! Ja! Da schreit auf mich! Dann kannst du gerne von vorne machen! Natürlich! Mit neuen Charakteren! Komm! Und ich trau mich wetten, ich werde Peach! Ich werde mir lieber Menschen, als ich Peach bin! Ja! Hm! Hm! Was denn möglich ist? Das Leben ist immer so eine richtige... Nervenzerreißenswürde! Ja! So ein Mensch, Ehre, die es nicht spielt! Ach so klar! Ich habe es doch gesagt! Soll man tauschen? Nein! Nein! Beim nächsten Mal! So, nicht runterfallen! Ich bin nicht Peach! Ich bin Mario! Ich bin Peach! Ich darf nicht springen, wenn ich da drin bin! Ich bin tot! Ich bin tot! So, also nicht springen! Ich bin tot! So, also nicht springen! Jetzt schon! Hast du es gesehen? Das war perfektes Timing! Ich bin sogar direkt auf den drauf gesprungen! Auf den Stern! Das war einfach ein perfektes Timing! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Stopp! Stopp! Du schoßt an! Komm her! Nimm's! Das war bloß! Ich bin tot ohneoro noble injections. Das ist so... Das ist so... Ich bin tot! Ich bin tot! Das ist so... Ich bin tot. Wo bin euer! Er ist so gigant! Auf... Auf Knack. Ich hätte dich jetzt sowas von gedroschen, weil du mich einfach hochgeschleudert hast und ich dann daran sterben werde, weißt? Wieso? Das ist eine dumme Frage. Das ist keine dumme Frage. Das haben wir schon gesehen. Was tust du? Was tust du? Ich habe mich verdrückt. Sorry, dass ich mich verdrückt habe. Ich habe nicht in dem Schuh liegt. In dem Schuh liegt. Oh, da ist er wieder. Was tue ich? Bin ich irre? Ja. Ich wollte doch da. Das sieht schon aus. Ja, ich komme für das Blase. Oh, nein. Wenn die Astronauter so kommst du an. Was macht es denn, oder? Oh, nein. Macht es nicht. Was? 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 Du schaffst es, Papi. Papa, renn. Du bist eine Katze. Du schaffst das. Ich glaube nicht. Wenn einfach durch und drückt. Super. Yay. Aufgemacht. Hey, wir fahren uns gut. Ja, wir hatten 2 Minuten. Weiter gehts. Das kann man nicht überspringen. Okay, ich wollte schauen, ob man das überspringen kann. Ja, ich weiß. Wir sind bei der Hälfte. Nicht. Doch. So, warte dann. Ich bin mal überspringen. Nein. Ich bin früh. Papa, muss aufwarten. Timing. 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 Ich bin hier der. Ich bin einfach rüber geflogen. Ich bin rüber geflogen. Es ist zu weit geflogen. Nimm die Warte. Nein. Nein. Eigentlich freundlich. Es ist eine Flore. Du musst hoch, sonst ist das Leben weg. Danke. Geh, 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 geh. Du bist da. Warte. Geh, geh, geh. Geh, geh. Ich werde mich gerade da reiten. Du bist. Du bist da. Du bist da. Geh hoch. Du bist oben. Zieh mich mit. Oh, lauf. Lauf. Geh hoch. Nein. Ich habe es nicht geschafft. Ja, wir haben keine Wege mehr. Wir können das ganze Leben hoch machen. Nicht machen. Ich will nicht mehr. So, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine Spielpause, weil es nichts bringt. Weil wir einfach nur am Verlieren sind, leider. Aber wir wären fast über die Hälfte gewesen. Also wir waren über die Hälfte. Aber ja, fast. Also, na, okay. Wir wissen, was wir ungefähr zu tun haben beim nächsten Mal. Ich sage vielen Dank bei uns fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Bosers Festungsding wieder. Tschüss. Das war's. Tschau, tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.